Ich bin Christian Wasserfallen, FDP-Nationalrat. Ich finde es falsch, dass SRG Information und Radio zentralisieren. Radio produziert man anders als eine TV-Sendung. Wenn man von Innenpolitik, Aussenpolitik, Wirtschaft diskutiert, wo findet das statt? Das findet vor allem in der Hauptstadtregion Bern statt. Und wir haben als Hauptstadtregion auch noch die Funktion der Brücke, nämlich zwischen Deutschschweiz und Romandie. Darum die politische Berichterstattung wie ein Abstimmungssonntag oder auch ein Arena-Studio, das sollte man eigentlich in Bern machen. Wir sind bereit für einen starken Radio- und Informationsstandort Bern.